Das Autohaus Willibald Müller in Delitzsch ist ein Familienunternehmen. Gegründet 1902, wird es mittlerweile in der vierten Generation geführt. Das Autohaus Willibald Müller bietet den Fahrzeughandel von Neu- und Gebrauchtwagen. Wir bieten die Marken Volkswagen-Pkw und Volkswagen-Nutzfahrzeuge, sowie sämtliche Gebrauchtwagen der Marke Volkswagen und Audi. Die gebrauchten Volkswagen tragen das VW-Gütesiegel, das Weltauto. Alle Wagen sind TÜV und Werkstatt geprüft. Wir bieten Finanzierung, Leasing und Versicherungsdienst, individuelle Beratung, die sich auszahlt. Das Autohaus Willibald Müller bietet weiterhin den kompletten Werkstatt-Service inklusive Inspektionen, Wartung, Lackierung und Reifenservice, sowie eine komplette Unfall-Schadeninstanz-Setzung. Autohaus Willibald Müller, Ihr Autohaus in Delitzsch in der Dübner Straße 133. Telefon 034 202 7070 Weitere Informationen finden Sie unter www.autohaus-willibald-müller.de 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 www.autohaus-willibald-müller.de